Spielen Tennis spielen Fotografieren Er fotografiert gern. Ich fahre jeden Tag Fahrrad. Sie können italienisches Essen kochen. Treffen Heute treffe ich mich mit meinen Freunden. Hören Sie hört Rock Music Tanzen Schlafen Bitte schreiben Sie einen Text auf Deutsch. Lesen Sie liest gerne romane. Schlafen Schlafen Vergessen Ich habe gestern Abend meine Sonne Brille im Restaurant vergessen. Erzählen Erzählen Sagen Sie mir, was falsch ist. Besuchen Wir beschlossen ein paar Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Ihr Lieben Was hast du auf deiner Reise erlebt? Bekommen Ich möchte eine Sonne Creme bekommen. Machen Kannst du bitte heute Abend Essen machen? Heirat Heirat Wir haben im Uni geheiratet Verlieben Verlieben Er hat seine Schlüssel im Einkaufszentrum verloren. Empfehlen Ich empfehle Ihnen, den Weihnachtsmarkt im Zentrum zu besuchen. Sie wohnen Sie wohnen seit langem in dieser Wohnung. Haustiere Haustiere Ich liebe Haustiere. Sie sind so lebenswert und süß. Blumenpflanzen Blumenpflanzen Sie pflanzt jedes Jahr neue Blumen. Den Garten Dekorieren Meine Großeltern wissen, wie man Gärten dekoriert. Sich streiten Wir streiten uns manchmal. Sich ärgern Er ärgert sich ab Montag über seinen Chef. Sich entschuldigen Ich entschuldige mich bei dir. Sich freuen Sie freuen sich sehr über das Angebot. Sich fühlen Ich fühle mich traurig, nachdem ich den Brief gelesen habe. Heute planen wir das Jahresziel. Ich möchte etwas Geld für die Reise des nächsten Jahres sparen. Bestellen Bestellen Ausfüllen Ausfüllen Wie gefällt es Ihnen? Wie gefällt es Ihnen? Ich fühle mich nach einem langen Urlaub am Strand. Sich beeilen Beeilen Sie sich, jetzt willkommen zu spät zum Treffen. Verschenken Was du verschenken möchtest. Abholen Kannst du mich morgen früh abholen? Kaputt gehen Das Auto geht kaputt. Drücken Bitte drücken Sie die Taste, bevor Sie eintreten. Bis zum nächsten Mal.